Hallo Micha! Hallo Thorsten! Ja, du hast schon eine Waffe! Aua! Ja, der Hammer! Kannst du uns die Kiste zum Kaputt machen hier? Jo! Tomatgel! Wolltest du ja spülen? Ja! Aber was klappt jetzt mit der neuen Kamera jetzt hier auch? Bestimmt! Ist ja erst die zweite! Ab morgen kommt ja die dritte! Mit auch ein bisschen Abwechslung reinkommt hier in das Spiel! Was mussten wir machen? B drücken und dann gucken wo lang wir sind! Genau! Wir müssen in den Aufzug! Natürlich! Rufen! In Bearbeitung! Ui! Der kam aber schnell jetzt! Ich drücke! Dinn! 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 also gleich da ein feststeckender aufzug ist auch ein selten genutztes stimmmittel in spielen ich will meine rumme ausprobieren hast du jetzt gelingen dazu komm 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 das ist dicke kräuseln oder die wollte ja gar nicht so genau auf den dicken knubbel ja ich glaube meiner hat gar nicht so eine hohe reichweite ich treffe da nix da kann sich auch vorbeilaufen scheiße vorbeilaufen ist nicht musst du von hier schießen ich glaube ich muss die hat aber noch mal probieren tut sich nix alles ist auch sehr gefährlich also doch da ab ab wie sagt das noch einer also meine spannung hält sich ja so ein bisschen den grenzen die aber was nach hier ab okay muss ich auch nicht hier über die jetzt wieder nach doch da ist er weg nächster jetzt wird es gefährlich jetzt schlicht er zurück ab ist der Schwanz gibt's ja die Stase ein ich hab das Gefühl ich mach keinen Schaden dafür sieht's so cool aus, wir müssen zum nächsten hin hier ne hier ist doch wieder so ein Pfeil ach und derselben wieder, meinst du? weiß ich nicht ok, versuchen wir's mal ach 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 so, stimmt das auch einer ok dann immer noch hinkommen na egal, wir laufen einfach mal, ist ja gerade sehr gefühlt wir finden sogar die höchste Lebensgefahr hier ja ich hab aber wieder Angst na als der nächste, oder? großer Arter kommt zu hier so viel toll, ich schubs die Viecher nur weg mit meinem Schuss oder super so, Altmetall yeah oh, da war noch was was macht da hin Sumatgel hab ich noch mal Sumatgel wozu auch immer das gut sein mag also ich glaube in der nächsten Folgenpause muss ich noch mal ein bisschen rumbasteln an meiner Waffe die können ja irgendwie gar nichts die schubs muss die Gegner irgendwie um so ach, da ist ja noch ein noch so ein Ding ich hab eigentlich gesehen nein soll ich meine Stase ich hab keine Stase mehr oh 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 danke das war mal knapp eh hinter dir, hinter dir ich weiß, ich weiß Toll Toll hab ich die andere Waffe noch? ah, die hab ich noch nicht auseinander gebaut ok dann muss ich halt mit der weiter rumballern weil die hier bringt so ziemlich gar nichts das meinst du nur hab scheiße gemacht na komm ähm ja das war's ja das war's hm ja das war da rein, ne oder liegt denn da was rum was schönes ne wir sind nur einmal rumgelaufen ok dann gehen wir mal hier rein jo ne gehen wir mal hier runter ne aber pass auf ich brauch ein bisschen Platz Leiter vom Partner blockiert ja kannst mal sehen mit zwei Leuten klettern ist auch nicht möglich hier engst du mich wieder ein? ja ich bedränge dich wieder super Mann nicht mehr was was hat denn da? noch ein Halbleiter aber nur ein halber haha 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 so, was war hier jetzt nochmal? bewegliche Objekte zu verlangsamen ok, Stase Station erstmal hier, bluckern und bin ich voll ich bin ja voll, wieso bin ich jetzt aber mal voll? Stase lädt sich mit der Zeit alleine wieder auf ah ok muss man jetzt ging das nochmal alt alt guck mal ey eine woche ich gespielt und schon war ich nein 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 ok mein Partner ist gestorben übrigens ich bin gestorben bei mir stand auch dein Partner also wäre nicht während mein Kopf durch durchsetzt durch was auch ob es dich jetzt flog guck mal hüi jetzt war zu schnell das wäre viel zu nah dran voll Karacho in den nächsten rein guck mal die ist sogar noch wer ist das? Let it blend, or did it blend, or did it blend, or did it bend, or did it bend, bend, watch it bend, or did it bend, rock bend, rubber bend, nomad kill, also so ein Malt kill finden wir jetzt immer genug, ich möchte mal wissen wofür das ist, schon wieder Waffenbaugedöns, weißt du, ja kann natürlich sein, Oh, eine Leiter, die wir wieder hoch müssen, hast du was gefunden? Ja, ich schmeiß ein kleines Medipack weg, damit ich das große aufheben kann, achso, ich dachte, der Tausch macht Sinn, ja natürlich, ich geh schon mal vor, ja, schon mal den Weg frei, oh warten, ich darf nicht vorgehen, warte auf Parten, der Part da kommt, wir öffnen, jetzt darf ich öffnen, oh, alter, scheiße, Mal die Strichliste, 3-2-5, da ist noch einer, alter, scheiße, 3-2-2, Mist, jetzt muss ich mal aufpassen hier, so, oh man, so was, ist das für eine Werkbank, ne, ach, hier müssen wir wieder beide drücken, Okay, warte, warte, lass uns mal gucken, ob wir noch was zu sammeln haben hier, hier ist auch so was, so was Gedönse drin hier, zum Basteln, Gekoexel, hier in diesem Wandschrank, ne, oder ich hab's schon, kann ich auch sagen, na dann, ich noch was, noch was, Energiewandler, na komm, Andi, hier ist noch ein Ding, noch ein Halbleiter, Schau, hier MediPack, da hinten leuchtet auch noch was, Ich schmeiß jetzt nächste kleine MediPack weg, jetzt hab ich schon 1, 2, 3, 4, 5, jetzt sammle ich das sechste große MediPack auf, Ja, guck, glaub ich denn, ich hab ja auch ein paar, ich hab ein 3, Wir spielen auf normal, ne, ja, auf normal spielen, Wir spielen auf normal, ja, Komm, wir drücken mal die Knöpfe, Oh, ich darf sogar alleine drücken, warte auf, mach, nee, noch nicht, Bing, Ich spiel mir jetzt sogar eine Pong, gegeneinander, äh, ja, ähm, Ähm, Hä? E aktivieren, Ach, wir müssen die Dinger aktivieren, wa? Okay, wir machen das nochmal, Achso, klar, ja, sicher Ja, natürlich, So, auf diese Dinger drücken, E Ah, und noch mehr Okay Sehr spannend Oh, mein Also Pong wäre mir da doch lieber gewinnen Oh, Ich bin dabei, ey Was, was war das denn, ey Ey, wir haben eine Tür aufgemacht Irre Warum In Bearbeitung Benutze ich die Waffe falsch Oder ist die einfach nur wirklich scheiße? Vielleicht ist das so eine Art Shotgun oder so Kann sein Aber selbst wenn die direkt vor mir stehen, Dann zerplatzt sie nicht, die fallen bloß um die Gegner Egal Mal aussehen, tut's so toll Du musst gleich nochmal umbasteln Na, bastel gleich mal um In der nächsten Pause Genau Nämlich Das Schießgewehr Oh, spannend Oh, Katzin Yeah, da liegt jemand Der ist schon tot Oh, wirklich Der hat Mund noch aufgerissen Oh, mein Gott Oh, mein Gott The cake is a lie Graffiti Was hat der für Probleme Abschalten Für eine Tür In eine andere Dimension Stabilo Stabil Fix genug Artefakt entdeckt Ich habe im Artefakt entdeckt Ich auch Wir wissen, wonach wir überhaupt suchen Wir suchen nach Hoffnung, General Oh, der Fäder Captain Unterstützung für den Krieg Und unsere Kampf für Schwinden Wir haben keine Rohstoffe mehr Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns Und uns läuft die Zeit davon Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage Wonach suchen wir Nach Markham Also wenn die bei mir zu Hause vorbeikommen würden, ich könnte mir das ja anbieten. Die sind doch doof, ey. Warum nehmen die keine Neon-Gelben? Das ist ja leichter zu finden. Ja, richtig. Wollen sie Rote haben, ne? Ach. Ach, ne. Aufzug! Die jetzt wieder runter? Die Möglichkeit gehabt haben, es mit Schiffen zu treffen. Oh, ich roll mich hier. Ach ja, wie heißt das? Steuerung. Wo ist denn Ducken nochmal hier? X. Wiii. Warte, warte. Johnny Crockett und Correga Tubbs. Oh, das war ein Minipack. Das wird sicher deins. Lass sie da mal liegen. Äh, sind wir richtig? Jo. Guten Tag. Hahaha. Jetzt ist das Kino an. Ja, ja, Kino. Komm, gucken wir. Alien. Ist doch noch nicht mal ein 3D-Kino. Vor allen Dingen erkenne ich gar nichts. Man versuchte den Marker zu replizieren. Oh. Das Queen ist kaputt. Kein Popcorn? Ne. Auch keine, ne? Keine Nüffe? 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 Fokokuchen? Oder Eif? 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 Ja, ich hätte gerne einmal Eif-Konfekt. Eif-Konfekt? Eif-Konfekt. Eif-Konfekt. Das ist ein helles Licht. Ich mach's auf. Ein Stasi-Pack. Hier liegt noch so ein Wandel-Dingsbums. Oder so ein Bastel. Äh... Da hinten. Echt? Direkt vor Leinwand. Muss ich einmal rein zurücklaufen? Mhm. Oh Mann. Er verspägt den anderen nicht den Weg. Also, die Sicht. Also... Ist ja keiner da. Achso. Okay, dann schmeiße ich nochmal ein kleines Miet-Effekt weg, um dann ein nächstes großes aufzunehmen. Hm. Rohstoffarme Zeiten, ja? Ja. Ich hab... Irgendwie... Die versuchen dadurch den Marker zu replizieren. Ich hab nur Rucksackarme Zeit. Oh, hier ist so ne Tür. Noch eine Halbleiter. Warte, wir sind hier schon lange gelaufen. Wir haben sicher schon einmal alles geplündert hier, oder nicht? Ja, vielleicht sind... Ja. Vielleicht sind... Oh! Oh! Wo kommt der denn her? 4-2 oder was? Nein, natürlich nicht! Ich scheiß jetzt aber. Was ist denn los heute mit mir? Ich bin zu müde. Gucke, ich balle auf das 4 ein. Bis zum Geld nicht mehr. Ja. Äh... Also so. Ah ne. Wir sind immer noch. Bis. Bisse? Bisse. Oder ist sie Mostler so oder was? Gibt's nur noch zwei Kornos? Ja, es sind zweimal die gleichen. Ich hab den doppelt. Das ist ein Doppelwummer. Ja, das... Das wird ich das mal machen, meiner ganzen Malen. Alter! Ich bleib' einfach hin. du läufst jetzt vor. Ich will ihn nicht verlieren. 5 zu 2. 5 zu 2. Wir sind ja kotzen hier. So, jetzt rufst du vor. Immerhin bin ich ehrlich. Das möchte ich ja doch schon erwähnen. Hast du ein schlechtes Gewissen? Jetzt ja. Warum erschreckst du dich immer? Hast du was zu verbergen? Jetzt komme ich die Kamera rein. Die macht mich so ein bisschen nervöser. Die dürfen das ja nicht sehen. Ja stimmt, du wirst dein HD aufgenommen diesmal. Ja, wobei von diesem HD natürlich auch nur die kleine Briefmarke unten rechts oder links oder oben links, rechts, oben, unten. Öffnen? Fragezeichen? Nö. Nö. Bei mir ist geöffnet. Ach, geöffnet. Ah, okay. Mach mal auf. Warten, warten. Warten, geöffnet. Beide. Jetzt nehmen wir die von den Beinen, wir die hier. Die, wo wir rein sollen oder die, wo wir nicht rein sollen? Wollte nicht rein? Geh mal da. Also, ich würde auch wieder warten. Also, muss ich ja erstmal die wieder zugehen. Oder kommen wir von da. Da blinkt was. Oh, 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 oh. Siehste? Siehste? Ein Clip. Und ich sag noch. Eine Schrotflinte. Hä? Wo hast du denn hier eine Schrotflinte gefunden? Eine Schrotflinte? Ja, doch. Ich auch. Und einfach mal abwarten, bis er alle Nachrichten da durchgeockelt hat. Die müssen sich erst bauen, ne? Ja. Schon so einen Frutsch-Schrotflinten-Aufsatz für die Spitze des... Eisbergs. Na ja, genau. Ja. Warten, öffnen. Das ist schön, dass du immer nur eine Tür aufmachen kannst. Ich hab übrigens mal Medi-Bag-Woo benutzt. Nein. Ach, du bist ja Oma. Komm ich mal Oma. Ich hab auch so viele davon. Licht. Isaac, da bist du ja. Wo sind die anderen? Such nach einem Weg raus aus diesem Track. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungs-Shuttle gefunden. Ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Robert, wir werden nicht heimkehren. Robert. Hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich seh mir dieses Skip an. Komm, ich rette dich. Huah. Huah. Ah. So, jetzt benutze mit dem Orto-Sender, um Bänke und mehr zu finden. Ach, das ist die Überdätspässe-Fall. Da kannst du dann Werkbänke und sowas, äh, wenn du B gedrückt hältst und Mausrad drehst. Ah, okay, alles klar. Oh, 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 ein Anzugstation. Das sollten wir vielleicht mal hin, naja. Wir wollen nicht, oder? Es ist offen, das so Fliege machen wir erstmal Poeschen. Und dann kann ich auch erstmal Poeschen machen. Ja, mach nicht mal Wäffchen hier. Ja, Mann, zwei Torsten, dann hab ich einmal Poeschen. W certainty ein Wieschen. Du w cubes war ein Wied, W Tiffany, so auf Sales determined der abstractioners Untertitelung des ZDF, 2020